Hallo, ich heiße Shona und diese Geschichte ist mir erst vor ein paar Monaten passiert. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst. Was als ein Streben nach Freiheit begann, wurde zu meinem Albtraum. Alles begann, als mein Vater sich von meiner Mutter trennte und wir von einer wirklich coolen Gegend in einen nicht mehr ganz so modischen Vorort zogen. Und das war der Anfang. Zu allem Überfluss musste ich auch noch die Schule wechseln und all meine Freunde zurücklassen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so elend gefühlt. Ich war so wütend darüber, dass sich die Dinge ändern mussten. An diesem Punkt beschloss ich wegzulaufen. Ich war fast 17 Jahre alt und hatte das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg in der Welt gehen konnte. Ich würde nach New York gehen und einen Job finden. Alles würde so einfach sein, das dachte ich jedenfalls. Wie naiv konnte ich da sein? Sobald ich mich eingelebt hätte, würde ich es Mama wissen lassen und vielleicht könnte es ihr sogar ein wenig helfen. Ich vermutete, dass es die Belastung sogar verringern würde für sie und meinen Bruder, wenn ich nicht zu Hause wäre. Jedenfalls hinterließ ich einen Zettel und packte meinen Rucksack. Ich fuhr die etwa 80 Meilen von Philadelphia nach New York mit dem Bus. Von meinem Geburtstag und Weihnachten hatte ich noch ein paar Ersparnisse übrig, um die Reise und ein paar Nächte in der Herberge zu bezahlen. Ich war mir so sicher, dass ich mich in ein paar Tagen zurechtfinden würde. In der Vergangenheit war ich mit Mama und Papa in New York gewesen, aber nie allein. Ich verbrachte die ganze Reise damit, von meinem Leben im Big Apple zu träumen, von dem Ort, an dem ich leben würde, von den Menschen, die ich treffen würde, von den Partys, zu denen ich gehen würde und das alles verblasste, sobald ich aus dem Bus ausstieg. Die Stadt war viel geschäftiger und lauter, als ich mich erinnerte. Ich hatte die Adresse einer billigen Herberge und machte mich auf die Suche nach ihr. Sie schien auf der Karte nicht weit vom Busbahnhof entfernt gewesen zu sein, aber während ich meinen schweren Rucksack durch die belebten Straßen trug, erschien es mir wie Meilen. Die Leute eilten in solcher Eile vorbei und niemand schien freundlich zu sein oder zu lächeln. Sie waren einfach in ihrer eigenen kleinen Welt gefangen, nicht wie zu Hause, wo die Leute wenigstens Zeit hatten, Hallo zu sagen. Mein Herz versank bereits, als ich endlich in der Herberge ankam und die grimmige Rezeptionistin zu mir sagt, dass sie ausgebucht seien und keine Zimmer für die Nacht oder die folgenden Nächte hätten, dass ich früher hätte buchen sollen. Etwas, woran ich nicht einmal gedacht hatte. In diesem Moment war mir zum Weinen zumute, wie ein Kind, weit weg von zu Hause, was in der Tat genau das war, was ich war. In diesem Moment lernte ich Mike kennen. Ich weiß, dass Mama und Papa mir immer gesagt hatten, ich solle nicht mit Fremden sprechen, aber ich meine, in New York waren fast alle fremd für mich. Ich dachte mir, wenn ich hier leben wollte, müsste ich anfangen, Freunde zu finden. Jedenfalls sah Mike wie ein netter Kerl aus. Wisst ihr, sauber und hat gut gesprochen, nicht wie irgendein Penner, der auf der Straße rumläuft. Ich schätze, er war mittel bis Ende 30 und wirkte besorgt. Hey, ist alles in Ordnung bei dir? fragte er. Mike hatte ein süßes Lächeln und er war der erste Freundliche, den ich je gesehen habe, seit ich von zu Hause weggegangen bin. Ihr wisst nicht, wie erleichtert ich war, eine freundliche Stimme zu hören. Also bitte, verurteilt mich nicht dafür. Jedenfalls erklärte ich, dass ich in New York Arbeit finden wollte und damit gerechnet hatte, ein paar Nächte in dieser Herberge zu bleiben. Ich log über mein Alter und sagte ihm, ich sei 19. Natürlich habe ich ihm nicht gesagt, dass ich von zu Hause weggelaufen bin und ich habe gelogen und ihm gesagt, ich hätte keine Familie. Im Moment siehst du aus, als bräuchtest du was zu essen, sagte er und ich musste zugeben, dass ich ziemlich hungrig war. Er bot mir an, mit mir in ein Café zu gehen und obwohl ich nur halb protestierte, brauchte er keine Überzeugungskraft. Dort kaufte er mir Kaffee und ein Sandwich. Während er mir ein wenig von sich erzählte, er stammt ursprünglich aus Brooklyn und hatte ein Unternehmen mit Sitz in New York. Er wusste nicht genau, um welche Art von Geschäft es sich handelte und als ich frage, sagte er mir, es sei ein Unterhaltungsgeschäft. Und was sind jetzt deine Pläne? fragte er mich. Ich zog ein Gesicht und sagte ihm, dass ich genauso gut nach Hause gehen könnte, dass es vielleicht doch ein Fehler war, hierher zu kommen. Einen Moment lang kratzte er sich am Kopf und runzelte die Stirn. Nun, wenn du willst, kann ich dich für ein paar Nächte unterbringen, fügt er hinzu. Mach dir keine Sorgen, ich lebe mit meiner Frau zusammen. Ich sagte ihm, dass ich nicht viel Geld habe und er lachte und sagte, ich soll mir keine Sorgen machen. Wir werden da schon was finden, sobald ich einen Job habe. Er fuhr fort und sagte, dass er mir vielleicht sogar einen Job besorgen könnte. Ich muss einen Moment lang ernst gucken und dann über die Auswirkungen nachdenken. Er kicherte und sagte mir erneut, ich soll mir keine Sorgen machen, weil er viele Freunde hat und ich bald mein Leben in New York genießen werde. Ich lachte auch und dachte an meine alten Freunde und wünschte mir, sie könnten mich jetzt sehen bei meinem großen Abenteuer. Bei Mike fühlte ich mich sofort wohl. Rückblickend weiß ich, dass es dumm klingt, aber ich habe nicht einmal gezögert, mit ihm zu gehen. Er hatte ein Auto gleich um die Ecke und obwohl der Ort nicht weit weg war, meinte er, es wäre einfacher, mit dem Auto zu fahren, als meinen Rucksack herumzuschleppen. Die Alarmglocken fingen erst an zu läuten, als wir immer weiter aus der Stadt herauszukommen schienen. Ich wollte Mike fragen, wohin wir genau fahren wollten, aber aus irgendeinem Grund fühlte ich mich nicht so sicher, als wir allein im Auto saßen. Schließlich hielten wir vor einem großen alten Haus, das von außen ziemlich schäbig aussah. Mike muss gesehen haben, wie mein Gesichtsausdruck war, denn wieder einmal sagte er mir mit einem Lächeln, Keine Sorge, meine Liebe, von außen sieht es noch nicht viel aus, aber innen sieht es viel besser aus. Wir haben noch viel in dem Haus vor. Was er sagte, machte für mich Sinn und ohne weiteres Nachdenken folgte ich ihm nach innen. Ich weiß nicht warum, aber als die Haupttür hinter uns zuschlug und Mike die Tür abschloss, fühlte ich einen kleinen Schauder durch mich hindurchgehen. Ich muss panisch ausgesehen haben, denn er lächelte und berührte meinen Arm und sagte mir, ich soll mir keine Sorgen machen, es ist New York und die Leute müssen hier ihre Türen verschlossen halten. Ich lächelte, aber ich fühlte mich nicht ganz wohl. Drinnen ist alles steril, weiße Wände und Türen und ein beiger, unscheinbarer Teppich. Die Art von Ort, die keine erkennbaren Merkmale aufweist. Hier oben, sagte Mike und zeigte auf das Treppenhaus. Obwohl mein Herz zu diesem Zeitpunkt schon klopfte, tat ich, was mir gesagt wurde. Ich fühlte mich überfordert und hatte nicht mehr die Kontrolle über das, was geschah. Ich habe niemanden im Gebäude gesehen oder gehört, aber Mike schloss eine weiße Tür am oberen Ende der Treppe auf und führte mich hinein. Er schnipste ein Licht an und das Erste, was mir auffiel, war, dass es keine Fenster gab. Es war ein schlichter Raum mit den gleichen weißen klinischen Wänden. In der Mitte des Zimmer stand ein Einzelbett und eine Kommode und ein winziger Einzelschrank. Ich hoffe, das geht in Ordnung, fragte Mike höflich, aber inzwischen hatte sein fröhliches Lächeln irgendwie ein unheimliches Gefühl bekommen und ich konnte nur noch nicken. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Ich lasse dich eine Weile auspacken und dich ausruhen. Ich muss rausgehen, aber ich bin gleich wieder da. Das Badezimmer ist in der zweiten Tür unten. Kommst du zurecht? Ich nickte. Dann ist er gegangen. Ich hörte ihn nach unten aus der Vordertür gehen. Ich holte mein Handy raus. Ich habe drei verpasste Anrufe und eine SMS von meiner Mutter, die fragt, wo ich bin. Ich habe meine Familie in meinem ganzen Leben noch nie so sehr gewollt. Ich wählte schnell die Nummer meiner Mutter, aber das Signal war zu schwach. Und nach ein paar knisternden Klingeltönen ging mein Akku aus. Ich geriet in Panik. Ich bin im Haus eines Fremden eingesperrt von einem Mann, den ich kaum kannte. Mein Zimmer hatte keine sichtbare Fluchtmöglichkeit und ich hatte das Gefühl, dass ich die Einzige hier bin. Ich rannte ins Badezimmer. Es war sauber und funktional, aber wiederum ohne Fenster. Oben gab es zwei weitere Türen. Ich versuchte, sie zu öffnen, aber sie sind beide verschlossen. Ich habe so viele Geschichten über Serienmörder gelesen, dass mein Verstand anfing, durchzudrehen. Er wird mich umbringen, wenn er nach Hause kommt, dachte ich. Wahrscheinlich vergewaltigen und mich dann umbringen. Schlimmer noch, er könnte mich tagelang foltern und mich dann langsam töten. Ich fing an zu weinen, als ich die Treppe hinunterstürzte und es an der Haupttür versuchte. Natürlich war sie verschlossen. Ich versuchte es an den anderen Innentüren, aber sie waren ebenfalls verschlossen. Ich konnte kaum atmen. Ich war so aufgeregt, dass ich in Panik geriet. Ich muss mir einen Plan für seine Rückkehr ausdenken, aber was? Ich ging zurück in mein Zimmer und versuchte es noch einmal mit meinem Telefon, aber bis dahin war sogar das schwache Signal verschwunden. Wenn ich nur 24 Jahre zurückgehen konnte, wäre ich sicher zu Hause. Ich hätte alles getan, um wieder bei meiner Mutter und meinem Bruder zu sein. Ich saß auf dem Bett und versuchte nachzudenken, wie ich fliehen könnte. Als ich sein Auto zurückkommen hörte, das ist es, dachte ich bei mir. Hier endet alles. Ich werde am Ende auf der Titelseite jeder Zeitung stehen als eines dieser unglücklichen Mädchen, die irgendwo in einem Grab gefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt war ich an einem solchen Rausch, dass ich dachte, ich würde in Ohnmacht fallen. Ich hörte seinen Schlüssel im Schloss, die sich öffnende Tür und das Knarren auf der Treppe, als er sich näherte. Ich sah zu, wie er den Türknauf dreht und er steht da und zeigt mir sein finsteres Lächeln. In seinen Händen hält er eine große Tasche, wahrscheinlich gefüllt mit den Werkzeugen für meinen Tod. Ich kann es nicht länger ertragen und stürzte mich auf ihn und schrien, bitte lass mich gehen, bitte lass mich gehen. Er hielt mich fest. Hey, was hat das alles zu bedeuten? Was ist denn los? fragte er. Ich war so erschrocken, dass ich kaum sprechen konnte. Ich kämpfte mich aus seinem Griff und warf mich auf das Bett zurück wie ein verängstigtes Kätzchen. Dann hörte ich, wie sich die Tür unten öffnet und eine Frauenstimme schreit. Bist du zu Hause, Mike? Ich war so erleichtert, eine weitere Stimme zu hören. Kurz darauf kam eine freundliche junge Frau herein. Hallo, ich bin Jane, Mikes Frau. Du musst Shona sein. Mike rief mich an, um zu sagen, dass du ein paar Tage bleiben würdest. Was in aller Welt ist denn hier los? Mike zuckte mit den Achseln. Ich weiß es nicht, sagte er. Ich bin nur losgegangen, um Shona ein paar persönliche Dinge zu holen, damit sie sich wie zu Hause fühlt und als ich zurückkam, fing sie an zu weinen. Jane brachte die Tasche herüber und setzte sich neben mich aufs Bett. Was ich mir als böse Instrumente meines Ablebens vorgestellt hatte, waren in Wirklichkeit eine Zahnbürste, ein Deodorant und ein Schaumbad. Dann fing ich wieder an zu weinen, aber hauptsächlich vor Erleichterung und weil ich mich wie ein Narr fühle. Dann sagte ich Jane und Mike die Wahrheit, dass ich erst 17 Jahre alt bin und von zu Hause weggelaufen bin und dass ich zurückgehen möchte. Ich sage Mike nicht, dass ich dachte, er sei ein Serienmörder. Er war wirklich nur ein freundlicher Mann und ich möchte ihn nicht verärgern. Trotzdem kann ich euch nicht sagen, was für eine Erleichterung es war, wieder nach Hause zu kommen. Mike ließ mich sein Haustelefon benutzen, um Dad zu kontaktieren, der mich sofort abholte. Meine Eltern waren wütend auf mich, weil ich weglief, aber ich habe meine Lektion gelernt. Ich habe mich so leicht in Gefahr bringen können, einem Fremden zu vertrauen. Es gibt immer noch Nächte, in denen ich in kalten Schweiß aus meinem Albtraum in New York aufwachte. Einem Albtraum, in dem ich in einem fremden Haus eingesperrt bin, mit einem fremden Mann, ohne Fluchtmöglichkeiten. Wart ihr jemals in so einer schrecklichen Situation oder habt gedacht, ihr seid in echter Gefahr? Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren.